Wenn du es gerne hast, musst du morst oder bitter, kannst du dann normal essen mit Gemüse und Kartoffeln, dann musst du Mittagschuhe und Äpfel essen. Das Gemüse ist gut, da ich nicht siehst. Das Gemüse ist gut, da ich nicht siehst. Das Gemüse ist gut, da ich nicht siehst.